Hallo aus Mellendorf vom neuen Standort der BEG im Norden von Hannovers. Nur noch kurze Zeit, dann werden wir hier das neue Gemeindezentrum einweihen können. Im Hintergrund sehen Sie die Rückseite dieses ehemaligen Fitnessstudios, aus dem jetzt ein Gemeindehaus geworden ist. Hier bei uns ist noch alles trocken, heute das Wetter sogar besonders schön. Aber im Laufe der Woche haben uns immer wieder die Horrormeldungen aus Österreich und anderen Ländern erreicht, wo von den Hochwasserkatastrophen berichtet wurde, denen manche Menschen zum Opfer gefallen sind. Gerade für solche Zeiten hat uns Gott ein besonderes Symbol geschenkt, das Zeichen des Regenbogens. Und das ist auch das Thema der Predigt heute, die Botschaft des Regenbogens, wie steht Gott zu seiner Welt. Erstmals gehalten wurde diese Predigt im März 2021. Auch damals war die Lage in unserem Land sehr kritisch. Vieles davon haben wir heute schon längst wieder vergessen. Aber es ist gut, sich daran zu erinnern, weil vor diesem Hintergrund die Treue und die Verheißung Gottes umso deutlicher aufstrahlen. Und darum geht es im heutigen Predigtext 1. Mose 9, die Verse 8 bis 17, die ich jetzt lese. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es auch sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch vertilgt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Wann haben Sie zuletzt einen Regenbogen gesehen? Ich meine so einen richtigen. Nicht in einem Buch oder in einer Broschüre, sondern einen richtigen Regenbogen am Himmel, also am Firmament. Und als Sie ihn damals gesehen haben, was haben Sie gedacht? Ist das ein zufälliges Naturphänomen oder steckt dahinter eine Botschaft aus der Ewigkeit? Das ist unser Thema heute Morgen, die Botschaft des Regenbogens. Noah und seine sieben Reisegenossen sind immer noch dabei, sich in der neuen Welt zurechtzufinden. Wir haben das letzten Sonntag gesehen und Sie können das nochmal nachverfolgen über unseren YouTube-Kanal oder die Homepage der Gemeinde. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, wie Gott ihnen eine Lebensordnung gegeben hat. Gewissermaßen ein Schutzprogramm für das Leben unter den neuen Bedingungen. Ein Schutzprogramm, das den Menschen künftig schützen sollte, einmal vor den Tieren, ja, aber auch vor den Menschen, vor der Gewalt anderer Menschen. Erstmalig war in Genesis 9, Vers 6 so von einer Art Obrigkeit die Rede. Und dann eröffnet Gott jetzt in unseren Versen heute Morgen ein großes Thema, ein neues Thema. Ein Thema, das von Stund an eine ganz wichtige Rolle spielen wird in Gottes Geschichte mit seiner Welt. Gott gibt nun ein Versprechen ab. Gott legt sich fest. Und an diesem Versprechen, das Gott dem Noah gibt, können wir, wir alle hier, eine Menge darüber ablesen, wie Gott grundsätzlich zu dieser Welt steht. Auch nach dem Sündenfall, auch nach der Sintflut. Wie steht Gott zu dieser Welt und zwar nicht nur zu den Gläubigen, sondern zu allen Menschen. Und darum lautet unser Titel vollständig, die Botschaft des Regenbogens, wie steht Gott zu seiner Welt. Und wissen Sie, das ist das Aufregende an diesem Bund, von dem hier die Rede ist, den Gott in diesen Versen mit Noah schließt. Dieser Bund gilt bis heute. Dieser Noah-Bund hat also für uns Bedeutung. Was Gott damals den acht Menschen in der Stunde Null nach der Sintflut versprach, das können wir Menschen des 21. Jahrhunderts mit Fug und Recht auch für unsere Zeit in Anspruch nehmen. Das macht die Sache besonders spannend. Das gilt ja nicht von allen Bibelstellen. Alle Bibelstellen sind wahr. Alle Bibelstellen sind von Gott eingegeben. Aber nicht alle Bibelstellen, das sagen sie selbst, gelten für alle Zeit. Also etwa weite Teile aus dem Gesetz des Mose. Da hat Gott ausdrücklich gesagt, die gelten für mein Volk Israel in einer bestimmten Zeit. Also bestimmte Opfer, bestimmte Speisegebote, die Beschneidung etwa. Aber hier, hier in unserem Abschnitt heute Morgen ist das anders. Das gilt für alle Zeiten. Noch zumindest. Und es gibt ein Wort, das diese Verse dominiert. Dieses eine Wort kommt siebenmal vor. Und Sie haben das schon herausgehört, dieses eine Wort heißt Bund. Berit im Hebräischen. Gott schließt einen Bund, einen Berit. In unserem Sprachgebrauch kommt das nur noch selten vor. Das Wort Bund. Der Bund, eine Kurzformel für unsere Bundesrepublik zum Beispiel. Ein Zusammenschluss von 16 Bundesländern, die gemeinsam eine Nation bilden. Und miteinander einen Vertrag geschlossen haben als Bundesgenossen, wenn Sie so wollen. Die sich verbindlich verabredet haben, unter dem Dach der Bundesrepublik zusammenzustehen. Und auf dem Boden des Grundgesetzes miteinander zu leben. Und innerhalb der Bundesrepublik gibt es dann eine Bundeswehr zur Verteidigung des Bundes. Es gibt sogar eine Bundesliga, um den Fußballmeister zu ermitteln. Es gibt den Bundestag, es gibt das Bundesverfassungsgericht. Und es gibt den Souverän des Bundes, der das Sagen hat in diesem Bund. Und dieser Souverän ist nicht der Bundespräsident. Dieser Souverän ist auch nicht der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Sondern dieser Souverän dieses Bundes, das sind, na wer, die Bundesbürger. Also wir. Die bestimmen nämlich alle vier Jahre darüber, wer sie regieren darf und wer nicht. Und so sagt es Artikel 20 unserer Verfassung ausdrücklich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das sind wir. Und das unterscheidet eben Bundesbürger von Untertanen, etwa in einer Diktatur. Und in diesem Bund, da gibt es nun viele Bundespartner. Viele Bundespartner, die durch gegenseitige Abkommen miteinander verbunden sind. Und dieser Bund funktioniert so gut, wie sich die verschiedenen Partner des Bundes eben an ihre Aufgabe halten. Tja, und dann gibt es noch die berühmteste Form des Bundes. Und wissen Sie, was es ist? Das ist der Ehebund. Also wir sprechen davon, dass Mann und Frau in den heiligen Bund der Ehe treten. Gott selbst hat diesen Bund gestiftet für seine Menschen. Er hat uns eingeladen, in diesen Bund einzutreten. Und Sprüche 2, Vers 17 im Alten Testament sagt von einer untreuen Frau, die sich von ihrem Ehemann trennt, Zitat, Sprüche 2, Vers 17, sie verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes, weil ihr Gott diesen Ehebund gestiftet hat. Beim Ehebund gibt es nur noch zwei Bundespartner, einen Mann und eine Frau, die sich gegenseitig versprochen, einander ein Leben lang treu zu bleiben, bis das der Tod euch scheide. Und deswegen wird die Trauformel ja auch von beiden gesprochen. Vom Mann, genauso wie von der Frau. Das ist ein Bund auf Gegenseitigkeit. Udo, willst du diese Christiane, die Gott dir anvertraut, ein Leben lang ehren und achten und das Leben mit ihr führen, in guten und in bösen Tagen, nach Gottes Gebot und Verheißung, bis erst der Tod euch scheide, Sie merken, ich habe das schon ein paar Mal abgenommen, dieses Versprechen, so antworte ja, mit Gottes Hilfe. Und dann verspricht das der Udo hoffentlich und wenn die Christiane nicht davonläuft, diese ebenfalls. Ja, so, das ist auf Gegenseitigkeit, das ist wie ein Schwur. Um den Bund zu besiegeln, stecken die beiden sich dann im Rahmen der Trauzeremonie, meistens unter Assistent des Pastors, noch gegenseitig einen Ring an den Finger und dann sagt man, wie der Ring kein Ende hat, soll eure Liebe kein Ende haben. Das ist das Bundeszeichen, also ein zweiseitiger Bund. Und auch anderswo in der Bibel kennen wir solche Bündnisse auf Gegenseitigkeit, zum Beispiel der Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, mit dem Volk Israel, wo Gott sagt, ich stehe fest zu euch, ich bin euch treu und ich gebe euch meine Gebote in meinem Wort. Ich gebe euch den Dekalog zum Beispiel, ich gebe euch die zehn Gebote und wenn ihr mir darin treu seid, werdet ihr bewahrt bleiben. Also ein Bund zwischen Gott und Israel und Israel hat sich damals darauf festgelegt und hat seinerseits Gott versprochen, jawohl, wir wollen in diesem Bund treu bleiben. 2. Mose 24, Vers 3, da antwortete alles Volk, nachdem Mose Gottes Worte, Gottes Rechtsordnung vorgelegt hatte, da antwortete alles Volk wie aus einem Mund, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Nun, sie haben gewissermaßen in Gottes ausgestreckte Hand eingeschlagen damit, ein Bund auf Gegenseitigkeit. Das war der Bundesschluss am Sinai und der ist später gescheitert, weil Israel sein Versprechen ständig gebrochen hat. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Da erfahren wir von einem Bund, der war noch früher von Gott gegeben als der Sinai-Bund. Und dieser Noah-Bund, um den es heute geht, der unterscheidet sich an einem ganz entscheidenden Punkt vom Mose-Bund. Der Noah-Bund ist kein zweiseitiger Bund, sondern ein einseitiger Bund. Diesen Noah-Bund schließt Gott ganz allein. Er sagt das mehrfach in Vers 9, also immer wenn ich nur ein Vers sage, ist 1. Mose Kapitel 9 gemeint. In Vers 9 sagt Gott, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf. Er sagt nicht, wir richten miteinander einen Bund auf, sondern ich richte mit euch einen Bund auf. In Vers 11 sagt Gott, und ich richte meinen Bund mit euch auf. Und in Vers 12 sagt Gott es nochmal, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch. Ganz eindeutig. Dieser Bund ist einseitig. Und deswegen ist dieser Bund auch bedingungslos. Gott sagt nicht, wenn dies und jenes passiert, werde ich mich dran halten, sondern Gott sagt, das ist so. Dieser Bund ist, wie man sagt, unilateral, also einseitig. Und er ist unkonditional, ohne jede Bedingung. Und darum ist er unzerstörbar. Weil er es ja nur an Gott hängt. Weil Gott einzig und allein dafür garantiert. Und weil er allein auf Gottes Zusage beruht. Das ist dieser Bund, um den es uns heute geht. Und jeder andere Bundespartner, der ein Unsicherheitsfaktor sein könnte, ist von vornherein ausgeschaltet. Und wissen Sie, das macht diesen Bund so attraktiv. Das macht diesen Bund so wirkungsstark. Weil er einzig und allein an Gottes absoluter Zuverlässigkeit hängt. Das ist doch ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Wem können wir überhaupt noch trauen? Wer ist zuverlässig? Ja, auch in der aktuellen Situation. Viele Geschäftsleute fragen sich das. Ja, man hat uns große finanzielle Unterstützung versprochen. Und ganz viel davon ist bis heute nicht angekommen. Auf welche Zusage können wir uns überhaupt verlassen? Und man hat uns vieles versprochen. Zum Beispiel, dass bestimmte Impfstoffe gründlich und völlig ausreichend geprüft wären. Das hat man versprochen. Und jetzt hören wir von undurchsichtigen Todesfällen. Wir hören davon, dass zum Beispiel in Dänemark und in Norwegen jetzt der Einsatz von AstraZeneca zunächst für einige Zeit gestoppt wird, um das zu überprüfen. Wem können wir trauen? Und das ist ja auf der persönlichen Ebene genauso. Da haben sich zwei Menschen gemeinsam auf den Weg gemacht, sind in diesen Bund der Ehe eingetreten und irgendwann fängt das Vertrauen an zu zerbröseln. Das ist wahrscheinlich die größte Not, der man in der Eheseelsorge immer wieder begegnet. Dass das Vertrauen geschwunden ist. Und wie kann man das zurückgewinnen? Und umso bewegter hören wir, dass die Bibel uns immer wieder vergewissert. Zu den Basics von Gottes Charakter, also zu den absoluten Grundlagen Gottes, gehört seine absolute Vertrauenswürdigkeit. Das betont die Bibel immer wieder. Also in 4. Mose 23, Vers 19 zum Beispiel, heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte er etwas reden und es nicht halten? 4. Mose 23, Vers 19. Oder 1. Samuel 15, Vers 29. Da wird über Gott gesagt, er lügt nicht, der Israels Ruhm ist. Er lügt nicht. 1. Samuel 15, Vers 29. Oder nächste Stelle, Psalm 146, Vers 6. Psalm 146, Vers 6. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, der hält Treue ewiglich. Gott hält Treue ewiglich. Oder Jesaja 49, Vers 7 als letztes Beispiel. Der Herr, der dich erwählt hat, ist treu. Jesaja 49, Vers 7. Der Herr, der dich erwählt hat, ist treu. Und wir werden das später nach der Predigt singen. Bleibend ist deine treu. Oh Gott, mein Vater, du kennst nicht Schatten noch Wechsel des Lichts. Du sagst nicht heute so und morgen so, sondern du sagst heute so und morgen so. Und deswegen singen die Kinder dieses Lied so gerne. Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. So ist es. Gott lügt nicht. Und dieser Gott, der richtet nun seinerseits einen Bund auf, den sogenannten Noah-Bund, um den es heute geht. Er legt sich fest, er leistet so etwas wie einen Schwur. Und die erste Frage, die wir klären müssen, heißt, wem gilt dieser Schwur? Wer kann sich darauf berufen? Wer darf sich auf diesen Schwur verlassen? Das ist also das Erste, was wir über diesen einseitigen Bund erfahren, die Zielgruppe des Bundes. Wenn Sie mitschreiben, erstens die Zielgruppe. Wer sind die Begünstigten? Wer sind die Begünstigten? Und das wird hier in Vers 8 bis 10 ganz deutlich gesagt. Vers 8 bis 10. Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit eurem Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh, an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Eiche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Das ist die Zielgruppe. Also der Noah-Bund richtet sich an die gesamte Menschheit. Anders als der Sinai-Bund, der richtete sich nur an Israel. Tja, und das ist erstaunlich. Sie haben es ja gehört. Sogar die Tiere werden in diesem Bund mit einbezogen. Da stutzt man erst mal. Also der allmächtige Gott legt sich gegenüber der Menschheit und gegenüber der Tierwelt fest. Wir können im Grunde genommen sagen, Menschheit plus. Und darum der Untertitel heute. Wie steht Gott zu seiner Welt? Und dann wird diese Zielgruppe mehrfach wiederholt. Schauen Sie, in Vers 15 geht es weiter. Also wir haben uns nicht verhört in den ersten Versen. Ja, Gott sagt, ich will gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier. Und allem Fleisch, das hinfort, keine Sintflut mehr komme, die alle Geschöpfe verderbe. Also die Tierwelt, es wird dann noch differenziert, die Vögel, die wilden Tiere, die Haustiere. Und haben Sie noch etwas gemerkt? Das wird ständig wiederholt. Gott wiederholt hier ganz viel in diesen Versen. Warum? Nun, das ist ein rhetorisches Mittel, um uns zu vergewissern, um uns dieses Versprechen umso fester zu machen. Ich sage es nochmal. Du kannst dich darauf verlassen. Das haben die Apostel auch gemacht. Paulus schreibt mal in Philippa 3, Vers 1, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Damit ihr wirklich es festhaltet und sicher sein könnt. Und so wiederholt Gott das hier auch. Erstaunlich. Was Gott alles tut, um auf uns einzugehen. Er hätte das nicht nötig. Gott hätte sagen können, Leute, ich habe es jetzt einmal gesagt, das genügt. Punkt um. Macht er aber nicht. Tja, und warum werden sogar die Tiere mit einbezogen, von denen die Bibel ja sehr klar sagt, haben wir auch letzten Sonntag gesehen, sie haben nicht die Imago Dei. Sie sind nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen. Sie sind nicht dazu berufen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Sie können nicht denken und im eigentlichen Sinne entscheiden. Trotzdem gibt Gott ihnen eine bestimmte Würde. Und es ist hochspannend, wenn Sie ins letzte Buch der Bibel gehen, in das Buch der Offenbarung, dann sehen Sie, dass Offenbarung 4 einen Blick in den himmlischen Thronsaal wirft. In einer geheimnisvollen Bildersprache. In einer ganz geheimnisvollen Bildersprache. Ein Blick in den Thronsaal der Ewigkeit. Und schauen Sie mal, was wir da finden, wem wir da begegnen. Ab Vers 6b. Und in der Mitte am Thron, um den Thron, vier himmlische Gestalten. Also vier Engel, Wesen, volle Augen, vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem jungen Stier. Und die dritte Gestalt hatte einen Anteil wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Da haben Sie die gleichen Repräsentanten wie hier bei uns. Ja, Menschen. Und dann haben wir wilde Tiere. Dafür steht der Löwe. Wir haben mehr oder weniger zahme Tiere. Dafür steht der junge Stier. Und wir haben Vögel. Dafür steht der Adler. Also hier am Ende der Bibel nochmal die gleichen Gruppen. Die gleichen Gruppen wie am Anfang. Und damit macht Gott deutlich, ich habe meine gesamte Schöpfung im Blick. Meine gesamte Schöpfung, die ich mit viel Liebe gestaltet habe. Und die ich euch Menschen untertan gemacht habe. Ich habe alles im Blick. Und Psalm 104 wird später dann jubeln. Die ganze Schöpfung. Deswegen haben wir das Lied eben gesungen. Alles, was atmet, alles, was lebt, stimmt in den Jubel der Schöpfung ein. Psalm 104 ist das im Grunde genommen Nachempfunden. Die ganze Schöpfung, auch die Tiere dienen dazu, auch wenn sie es nicht reflektieren, Gottes Herrlichkeit zu ehren. Genauso wie Paulus in Römer 8 sagt, dass die gesamte Schöpfung auch unter den Folgen des Sündenfalls leidet. 8,22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit uns säufst. Das ist der Bund. Gottes Treue zu seiner Schöpfung ist so umfassend, dass sie sogar die Tierwelt mit einschließt. Das ist die gesamte Zielgruppe des Noa-Bundes. Menschheit plus. Und wissen Sie, darin liegt für uns Menschen eine ganz enorme Ermutigung. Das hat der Herr Jesus schon gesagt. In der Bergpredigt, in Matthäus 6, da erinnert der Herr an diesen Zusammenhang und da sagt er in Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also der Herr Jesus sagt, ja, Gott kümmert sich um seine Schöpfung. Er kümmert sich sogar um den Sperling. Und wenn er das macht, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? His eye is on the sparrow. Aber er liebt mich noch viel mehr. Deswegen haben wir dieses Lied auch gehört vorhin. Wir können uns darüber freuen, dass Gott sich sogar um die Tiere kümmert, weil uns das umso deutlicher macht, wie viel mehr er sich um uns kümmert. Das ist die Zielgruppe. Wir gehören dazu. Und dann interessiert uns, weil wir dazugehören, natürlich die zweite Frage umso mehr. Zweitens die Zusage des Bundes. Was ist nun die Zusage dieses Bundes? Was verspricht Gott darin? Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Vers 11 und Vers 15. Wir können das richtig Schritt für Schritt aus dem Text herausfiltern gewissermaßen. Also was ist die Zusage des Bundes? Vers 11. Gott sagt, ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alle lebendigen Geschöpfe vertilgt werden sollen durch die Wasser der Sintflut und dass hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Das ist der Zuspruch dieses Bundes, die Zusage dieses Bundes. Und auch das wiederholt Gott in Vers 15 nochmal. Wenn er diesen Bogen sieht, auf den wir gleich noch kommen, will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und einem lebendigen Tier, unter allem Fleisch, als unter allen Lebewesen, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alle Geschöpfe verderbe. Das heißt, Gott wird die Erde und die auf ihr lebenden Geschöpfe niemals wieder durch eine Sintflut verderben. Das ist der Bund. Das hatte Gott schon am Ende von Kapitel 8 angekündigt, solange die Erde steht. Wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und damit gibt Gott seinen Leuten was? Planungssicherheit. Er hält ihn erstmal seelisch den Rücken frei. Versetzen wir uns doch mal in deren Situation. Nach allem, was wir über die klimatischen Bedingungen aus diesen Berichten rekonstruieren können, hatte es bei der Sintflut zum ersten Mal geregnet. Höchstwahrscheinlich. Das heißt, Noah hatte 600 Jahre ohne Regen gelebt. Das war normal. Da war das Klima anders quasi organisiert gewesen. Und wir wissen natürlich inzwischen um den Segen des Wassers, wie unverzichtbar das für die Fruchtbarkeit des Landes ist. Aber das war damals allerhöchstwahrscheinlich anders gewesen. Und das erste und einzige Mal, dass Noah bis dahin Regen erlebt hatte, wann war das? Das waren die 40 Tage. Diese grauenvoll beängstigenden 40 Tage. Und wir wissen ja, dann gab es diese zwei zusätzlichen Wasserquellen, die sogenannten Brunnen der großen Tiefe und Fenster des Himmels, haben wir uns ausführlich darum gekümmert. Ja, und all das hatte dann zu dieser nachhaltigen Veränderung der gesamten Topografie und des Klimas geführt. Hohe, tiefe Schluchten, hohe Berge, tiefe Täler, alles verändert. Eine total gezeichnete Vegetation. Und in Zukunft natürlich. In Zukunft würden Regenfälle unverzichtbar sein. Eine völlig neue Ordnung, auch um diesen hydrologischen Zirkel am Leben zu erhalten, um die Felder zu bewässern, um die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. Und in Zukunft würde das so sein. Aber überlegen Sie mal, beim ersten ganz normalen Tag, beim ersten ganz normalen Regentag nach der Sintflut, da dürfte sich Noah ziemlich plümerant gefühlt haben, als das wieder losging mit dem Regen. Und er wird sich verstehen, oh, wird das schon wieder los? Wieder 40 Tage? Verstehen Sie? Ich denke mal, so ähnlich wird es den Menschen im Oderbruch auch gegangen sein, in den Monaten nach der Katastrophe 1997. Als nach dieser Katastrophe das erste schlimme Unwetter wieder kam, da wird sich so mancher gedacht haben, ob die Deiche halten? Aber nein, Noah, Noah, jetzt hast du doch ein Versprechen. Ich habe dir doch gesagt, es wird nicht wieder passieren. Und deswegen kannst du, wenn der nächste Wolkenschauer kommt, Wolkenbruch kommt, dir eine schöne Tasse Tee machen und dich gemütlich irgendwo hinsetzen. Du musst keine Angst haben. Es wird nicht wieder passieren. Verstehen Sie, was Gott mit dem Noah-Bund der Menschheit garantiert, das haben die Theologen später als allgemeine Gnade bezeichnet, als gratia generalis oder eben mit dem englischen Begriff common grace. Und im Unterschied zu spezieller Gnade, die Gott seinen Leuten, die an ihn glauben, zuwendet, ist diese allgemeine Gnade eben allgemein. Sie gilt allen. Menschheit plus, Menschheit plus Tiere. Das gilt unabhängig davon, ob jemand an Gott glaubt oder nicht. Das ist meint allgemeine Gnade. Gratia generalis. Jesus hat diese Zusage dann in der Bergpredigt bekräftigt, in Matthäus 5, Vers 45, in dieser berühmten Aussage, wo er sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und Gott lässt regnen, also zum Nutzen, über Gerechte und Ungerechte. Das ist common grace. Das ist gratia generalis. Gott segnet die ganze Welt, unabhängig von ihrem Glauben oder Unglauben. Und genau das haben wir hier im Noabund. Und so wird es dann in Psalm 149, Vers 9 bestätigt. Psalm 149, Vers 9. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Das ist der Noabund. Das ist diese großartige Zusage. Schauen Sie, und das ist eine erste Antwort auf unseren Untertitel. Wie steht Gott zu dieser Welt? So. Er hat seine Hand noch nicht abgezogen und er wird das auch nicht tun, solange die Erde steht. Und das hat enorme Konsequenzen. Ich habe mich so gefreut, dass es in diesem Text so stand. Diese allgemeine Gnade, die der ganzen Welt gilt. Tja, auch wenn die Welt das überhaupt nicht schätzt. Auch wenn die Welt das gar nicht Gott zuschreibt. Die reden höchstens mal von Mutter Natur und verbuchen das möglicherweise auch auf ihr eigenes Konto. Wir kümmern uns so gut oder manche sind einfach nur undankbar und sehen gar nicht, wie viel Gutes sie haben. Aber Gottes allgemeine Gnade gilt der ganzen Welt und ja, sie ist gerade für seine Kinder, die ihm vertrauen, ein großer Trost. Warum? Und bitte nehmen Sie das mit. Und gerade, wenn Sie noch ziemlich am Anfang dank Ihres Lebens oder Ihrer Familiengründung stehen, nehmen Sie das bitte erst recht mit. Das ist jetzt ganz wichtig für Sie, für uns alle. Wir dürfen nämlich wissen, diese Welt gehört meinem Vater. Verstehen Sie, diese Welt gehört meinem Vater und deinem Vater auch, wenn er dein Vater durch Jesus geworden ist. Und er hat das Recht und die Macht darüber zu bestimmen. Er. Niemand sonst. Und deshalb werden wir hier immer einen Ort haben. Und deswegen werden wir hier immer einen Weg finden. Sei getrost. Manchmal verstehen wir die Wege unseres Vaters nicht. Das stimmt. Das werden sich auch manche Gemeindeglieder von Pastor James Coates in Alberta gesagt haben in Kanada. Den haben Sie wie einen Schwerverbrecher in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt und dort muss er immer noch bis Anfang Mai auf seinen Prozess warten und Sie lassen ihn nicht raus. Nicht mal auf Kaution. Wie ein Schwerverbrecher. Warum? Weil er seinem Gewissen folgte und gewisse Eingriffe des Staates in das Leben seiner Gemeinde nicht akzeptieren konnte. Und dafür haben Sie ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis gesteckt. Wir verstehen manchmal die Wege unseres Vaters nicht. Aber es bleibt seine Welt. Und wer immer versuchen mag, sich dieser Welt zu bemächtigen, der wird daran scheitern. Der wird daran furchtbar scheitern. So sagt es Gott zum Beispiel im Psalm 2. Das ist ein Psalm, den wir gerade in diesen Wochen und Monaten besonders häufig lesen sollten. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und er spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Diese Welt gehört nicht irgendjemand. Diese Welt gehört unseren Vater. In den letzten Monaten haben wir uns manchmal gefragt, wo wird es hingehen mit dieser Welt? Wenn manche Stimmen uns einhämmern wollen, es wird nie wieder zurückgehen zur Normalität. Könnt ihr euch abschminken. Es wird nie wieder die alten Freiheiten geben. Kennen wir alles aus den Talkshows. Ihr werdet nie mehr frei reisen können ohne das Risiko langer Quarantäne oder ohne euch vielleicht eine Impfung zu unterziehen, die wir euch verordnen und von der wir euch sagen, dass das schon seine Richtigkeit hat. Und wenn wir euch diese Möglichkeit zur Verfügung stellen und ihr sie nicht nutzt, dann müsst ihr eben auf bestimmte Dinge möglicherweise verzichten. Was für eine Welt. Ihr werdet damit rechnen müssen, dass staatliche Aufpasser künftig in eure Wohnungen und Häuser hineinschnüffeln. Vielleicht. Ihr werdet amtliche Briefe bekommen, dass eure kleinen Kinder allein ihre Mahlzeiten einnehmen müssen und wenn sie vielleicht erst drei Jahre alt sind, wenn ihr in Quarantäne seid. Und dass, wenn ihr das nicht befolgt, es möglicherweise zu Zwangseinweisungen kommen könnte. Und dann lesen wir von Klänen aus Bundesministerien, vorher sind es noch Pläne, wonach künftig, wir sagten das neulich schon, 14-Jährige sich einen Wechsel ihres Geschlechts einfach aussuchen, sich dafür entscheiden können, ohne dass die Eltern dabei ein Mitspracherecht hätten. Und stattdessen sollten, wenn es nach diesen Plänen geht, Organisationen, die diese Entwicklung befördern wollen, viel mehr Rechte und viel mehr Einfluss auf unsere Kinder bekommen. Und dagegen versichert Gott uns mit seinem Noah-Bund. Diese Welt bleibt in meiner Hand. Ihr müsst keine Angst haben. Und ich gebe dieser Welt eine Zukunft. und wer nach meiner Hilfe ruft wie Noah, der wird meine Treue erfahren. Gott lügt nicht. Und darum dürfen wir als Gottesleute sehr getrost, auch schon in dieser Welt leben. Weil wir wissen, diese Welt gehört unserem Vater. Und unser Vater wird diese Welt niemals aufgeben. Niemals. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wissen Sie, es gibt Phasen in unserem Leben, da fühlen wir uns als Christen vielleicht ähnlich wie die Juden im fremden Babylon. Nachdem man die ins Exil geschleppt hat. Da war vieles fremd und bestimmt auch unheimlich. Aber dann hat Gott ihnen durch Jeremias Botschaft Mut gemacht. Und Jeremia hat ihnen das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, auch Babylonien ist die Welt eures Vaters. Glaubt doch nicht, dass er da nicht wäre. Und auch unter diesen Umständen ist er bei euch. Und deshalb geht es weiter. So wie es bei Noah weiterging. Und hören Sie mal vor diesem Hintergrund an diese herrliche Zusage Gottes durch Jeremia. Kapitel 29, Ab Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser. Wohnt darin. Pflanzt Gärten. Esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Klammer auf, denn es ist auch meine Welt. Klammer zu. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohler geht, so geht es auch euch wohl. Und dann diese große Zusage in Vers 11, dass Gott sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Weil diese Welt die Welt unseres Vaters ist. Ich habe mich so gefreut, dass Gott uns das so deutlich sagt. Und genau darauf zielt die Zusage des Noah-Bundes. Gott sagt, ich halte eure Welt noch. Ich werde für Kontinuität sorgen. Ich werde für Stabilität sorgen. Auch unter schwierigen Bedingungen. Und insofern könnt ihr sicher sein, dass keine Sintflut mehr kommen wird. Und deswegen könnt ihr Wohnungen renovieren. Deswegen könnt ihr Häuser bauen, wenn Gott euch die Möglichkeit dazu gibt. Ihr könnt Gärten anpflanzen. Ihr könnt eure Kinder mit Liebe erziehen. Nur euer Herz dürft ihr nicht dranhängen. All das, was Gott euch schenkt und was ihr baut und tut, darf euch nicht zu einem Götzen werden. Sondern ihr sollt mit voller Hingabe für Gott leben. Daran wird sich euer Leben entscheiden. Dass ihr mit voller Hingabe für diesen Herrn lebt. Und darum hat Noah ja auch als erstes den Altar gebaut, als sie rauskam aus der Arche. Das war die Priorität. Aber wenn das klar ist mit den Prioritäten, dann könnt ihr mit Freude gebrauchen, sagt Gott, was ich euch in dieser Schöpfung zur Verfügung stelle. Baut Häuser, Pflanzgärten. Und dazu passt, das muss ich noch nachliefern von letzten Sonntag, auch die Fleischverzehrerlaubnis von Vers 3. Ganz kurz nur dazu, damit es nicht untergeht. Wir hatten gesehen, Genesis 9, Vers 3. Alles, was sich regt, sagt Gott, und was lebt, das ist eure Speise. Also ihr müsst keine Vegetarier werden. Das ist schon mal beruhigend. Und dann füge ich da hinzu, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. So, und Gott fügt dem nur eine kleine Einschränkung hinzu, die keinem wehtut eigentlich. In Vers 4. Da sagt er in Vers 4, allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Was ist damit gemeint? Das Blut ist hier nicht mystisch gemeint, sondern eher medizinisch und symbolisch, würde ich sagen. Blut transportiert ja Sauerstoff von der Lunge hin zu den Körperzellen. Blut versorgt die Körperzellen mit Nährstoff. Blut entsorgt Abfallstoffe. Blut sorgt für die richtige Körpertemperatur. Schon Goethe sagt im Faust, das Blut ist ein besonderer Saft. Also es ist lebenswichtig. Und es ist auch symbolisch in der Bibel ganz wichtig, Blut auf dem Altar steht stellvertretend für das Leben. Und Gott sagt, esst nicht einfach frisches Blut, trinkt nicht Blut. Wir sollen nicht abstumpfen gegenüber der geschenkten Kostbarkeit des Lebens. Das soll hier wohl deutlich gesagt werden. Es bedeutet nicht, dass sie keine Tiere töten dürfen. Es heißt nicht, dass sie kein Fleisch essen durften, aber sie sollten sich dessen enthalten, frisches Blut zu essen oder zu trinken. Der bekannte Alttestamentler Friedrich Keil hat in diesem Kommentar von Keil und Delitzsch noch eine interessante Information geliefert. Er beschreibt, dass es bei einer zum Beispiel in Abyssinien noch vorkommenden barbarischen Sitte so praktiziert wird, dass man Fleischstückchen von lebendigen Tieren ausgeschnitten und sofort gegessen hat. Und das sollte eine besondere Delikatesse sein. Ich weiß ja nicht, aber für das Volk Israel hat Gott dann bestimmte weitere Beschränkungen eingefügt in die Mose-Gesetze. Und wir wissen das aus Apostelgeschichte 15, dass auch in der frühen Gemeinde die Apostel es den Christen aufs Herz gelegt haben, in dieser Hinsicht rücksichtsvoll zu verfahren, vor allem mit konservativen Judenchristen, die diese Bestimmungen sehr wichtig fanden und die aus dem Judentum kamen. Also was den Verzehr von Fleisch und Blut anging, das Gewissen der Mitchristen sollte nicht belastet werden. Das hat Gott immer wieder sehr deutlich gesagt. Aber zugleich hat der Herr Jesus in Markus 7 auch deutlich gemacht, dass im Neuen Bund die alten Speisevorschriften nicht mehr gelten. Und er hat das ja dort ausführlich verhandelt, unser Herr. Und am Ende, in Markus 7, Vers 19, ganz am Ende, und das ist wirklich die eindeutig beste Übersetzung dieser Stelle, fügt dann der Evangelist erklärend hinzu, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Lukas 7, Vers 19. Ganz am Ende, das ist die beste Übersetzung dieser Stelle. Nun muss man das ganz offen sagen, bis heute haben Christen ja auch zum Teil unterschiedliche Gewichtungen, die sie vornehmen. Und wir sollten da aufeinander sehr viel Rücksicht nehmen und unsere Gewissen gegenseitig schonen. Der Akzent ist aber ganz klar, den Gott hier bei Noah setzt. Der Akzent heißt, Gott stellt uns seine Schöpfung zur Verfügung, damit wir sie gebrauchen in Verantwortung und sie nutzen. Schauen Sie, das Neue Testament hat erst recht diesen dankbaren Umgang mit Gottes Schöpfung betont. Obwohl die Apostel das ja wussten und auch immer wieder gesagt haben, diese Welt ist nur eine Durchgangsstation, wir sind hier Pilger, wir sind nur auf der Durchreise und trotzdem, obwohl wir wissen, dass unsere Heimat erst im Himmel sein wird, haben wir auch auf dieser Pilgerreise von Gott vieles, was uns Freude machen soll. Auch diese Welt, über die wir unsere Pilgerreise unternehmen, ist die Welt unseres Vaters. Er lässt die Sonne scheinen und niemand kann ihm das verwehren. Und er gibt uns so viel Gutes, so viel Gutes, dass wir dankbar genießen sollen. Paulus sagt das. 1. Timotheus 6, Vers 17. Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ein wunderschöner Bibelfest, bevor man in ein schönes Stück Fleisch zum Beispiel hineinweist. Oder, wenn Sie es ein bisschen gesünder haben wollen, einen herrlichen Obstsalat zu sich nimmt. Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht, sagt Paulus. Das ist allgemeine Gnade. Oder 1. Timotheus 4, Vers 4, sagt Paulus, nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Und genau in diese Richtung zielte schon der Noabund mit dem Schöpfer, wo der Schöpfer markiert, so stehe ich zu meiner Welt. Und dieser mutmachende Zuspruch, ihr Lieben, gilt für uns bis heute. Aber Gott hat noch mehr. Und jetzt gehen wir in den letzten Schritt. Gott beließ es nicht nur beim Zuspruch, bei dieser Verheißung, sondern Gott besiegelte diesen Zuspruch durch ein Zeichen. Und damit kommen wir zum letzten Teil unseres Predigtextes, Predigtextes, die Zielgruppe des Bundes, das ist die Menschheit plus, der Zuspruch des Bundes, es wird keine Sintzut mehr kommen, es ist meine Welt, die ich euch zur Verfügung stelle. Und jetzt schließlich drittens das Zeichen des Bundes. Und da kommen wir zum letzten Abschnitt, ab Vers 12. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und einem lebendigen Getier bei euch auf ewig. meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Tier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alle Geschöpfe verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, was auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf der Erde. Also Gott bekräftigt das wieder und wieder. Und das müssen wir jetzt klären. Was ist der Regenbogen? Die Botschaft des Regenbogens. Der Regenbogen ist zunächst mal ein physikalisches Phänomen, das wir ziemlich genau erklären können. Also einfach ausgedrückt, wenn sich feinste Wassertröpfe nach einem starken Regen in den Luftschichten befinden und wenn dann das weiße Sonnenlicht darauf scheint, dann wirken die feinen Wassertropfen ähnlich wie ein Prisma. Wie ein Prisma, welches das weiße Sonnenlicht dann in die sogenannten Spektralfarben aufspaltet. Und so ergibt sich dann dieser eigentümliche Farbenablauf von außen nach innen. Also es geht, wir würden sagen, mit Rot los und dann über Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Indigo ins Violette. So, sie haben das vor Augen. Das ist der Regenbogen. Und in diesem Versen erklärt jetzt Gott selbst, warum er, das kommt ja von ihm, die Physik der Schöpfung so eingerichtet hat, dass ausgerechnet dieser geniale Effekt entsteht und der noch so wunderschön anzusehen ist. Gott gebraucht diesen Effekt. Wofür? Was steht hier? Als Zeichen. Und wir fragen, worauf heißt dieses Zeichen hin? Auch das definiert Gott, ganz exakt. Wissen Sie, wofür das Zeichen steht? Er sagt es zweimal, Herr, in Vers 14 und in Vers 16. Er sagt, wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Vers 16 nochmal, darum soll mein Bogen in den Wolken sein. Und in Vers 13 sagt er es schon, das Zeichen sein des Bundes, mein Bogen. Was ist damit gemeint? Also das Zeichen ist ein Bogen. Wissen Sie, was ein Bogen ist im Hebräischen? Da steht im Hebräischen das Wort Keshed. Und ein Bogen ist eine Kriegswaffe. Das ist hier gemeint. Pfeil und Bogen. 2. Mose 15, Vers 3 sagt, der Herr ist der rechte Krieger. Also das Bild von Gott, der Krieger mit Pfeil und Bogen. Und Habakkuk 3, Vers 9 sagt über Gott, als er sein Gericht brachte, du zogst deinen Bogen hervor und legtest die Pfeile auf deine Sehne. Gott zog den Bogen hervor und legt die Pfeile auf seine Sehne und schoss das ab. Das ist ein Gericht, ein Bild für sein Gericht. Und schauen Sie, was jetzt geschieht. Der Heilige Gott richtet das Böse. Ja, aber jetzt sagt er, nachdem die Sintflut vorbei ist, habe ich meine Waffe, habe ich meinen Bogen, aus der Hand gelegt und in die Wolken gehängt. Das ist die Botschaft. Und uns dämmert, was das bedeutet. Gott hat den Bogen im bildlichen Sinne an die Wolken gehängt, an das Firmament gehängt, sodass alle es sehen. In Vers 14 steht, so soll man meinen Bogen sehen. Alle Menschen sollen ihn sehen. Deswegen haben wir ihn ja schon gesehen. Und damit ist völlig klar, was Gott hier sagen will. Völlig klar. Nach dem Gericht der Sintflut gewähre ich jetzt der Welt eine Zeit der Gnade. Das ist die Botschaft des Regenbogens. Nach dem Gericht der Sintflut gewähre ich jetzt dieser Welt, die meine Welt ist, eine Zeit der Gnade. Der Regenbogen steht für Gottes Erbarmen. Der Regenbogen steht für Gottes Geduld. Der Regenbogen steht für Gottes Verschonen unserer Welt. Noah, wenn du dir die nachsintflutliche Topografie anschaust, diese hohen Berge, die zerrissenen Gebirge, die tiefen Täler und Schluchten, dann siehst du die Spuren des Gerichts. Aber Noah, wenn es stark regnet und in Kannen schüttet und wenn dann der Effekt des Regenbogens am Firmament zu sehen ist, dann lass dich daran erinnern, Gott hat seinen Bogen in die Wolken gehängt. Er will sich erbarmen. Das ist die Botschaft. Und wissen Sie, es ist bedrückend klar, dass der Regenbogen immer wieder zweckentfremdet worden ist von Ideologien. Man hat dieses Zeichen einfach umgedeutet, man hat ihnen eine völlig andere Botschaft untergeschoben. Im Internet können Sie zum Beispiel als eine Definition lesen, der Regenbogen steht in zahlreichen Kulturen weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden und gilt als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht. Zitat Ende. Einfach mal so, das schreiben wir einfach mal so. Und dann 1978 tauchte erstmals eine Regenbogenfahne während der Gay Freedom Parade in San Francisco auf. Das war so ein Vorläufer der Christopher Street Day. Demonstrationen, die sich für eine Verstärkung der Rechte der homosexuellen Bewegung stark machen. Und jetzt können Sie in Wikipedia lesen, die Regenbogenflagge gilt als Symbol für lesbischen und schwulen Stolz. So viel für die Vielfalt der Lebensweise von Lesben und Schwulen. Zitat Ende. Schreibt Wikipedia über die Regenbogenfahne. Und viele Kommunen und andere Ämter in Deutschland haben schon an bestimmten Tagen, etwa am Christopher Street Day, eine Regenbogenflagge aufgehängt, vor dem Rathaus zum Beispiel. Da hängt vielleicht eine Deutschlandflagge, wenn die da noch hängt, eine Europaflagge und dann noch eine Regenbogenflagge. Achten Sie mal drauf, um Ihre Solidarität mit dieser Bewegung zu demonstrieren. Man bezeichnet diese Fahne auch gern als Gay Territorial Marker. Als Gay Territorial Marker. Wir markieren unser Territorium und dass wir hier einen Anspruch auf Gestaltungsmacht haben. Regenbogenfarbe. Und jetzt machen Sie sich mal klar, was da geschehen ist. Gott hat der Welt ein Gnadenzeichen geschenkt. Gott bietet der Welt in diesem Zeichen Frieden an, Vergebung, Geduld, Erbarmen. Und die Menschen haben dieses Gnadenzeichen gewissermaßen vom Himmel gerissen, haben dieses Gnadenzeichen an sich gerissen und was haben sie daraus gemacht? Ein Kampfzeichen gegen Gott. Sie haben ein Kampfzeichen daraus gemacht, mit dem sie gegen Gottes heilige Schöpfungsordnung zu Felde ziehen. Der doch gesagt hat, dass es Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau geben kann. Und weite Teile unserer Obrigkeit haben sich mit diesem Kampfzeichen gegen Gott identifiziert und flaggen es bezahlt von unseren Steuergeldern vor den Rathäusern. Verstehen Sie, wie dramatisch das eigentlich ist? Paulus hat im Römerbrief geschrieben, dass Menschen in ihrer Auflehnung gegen Gott, und das betrifft ja jede Sünde, das betrifft nicht nur die Sünde der Homosexualität, das betrifft jede Sünde, dass Menschen in ihrer Auflehnung gegen Gott mutwillig sein Gericht über sich heraufbeschwören. Der Gottes ausgestreckte Hand, und dafür steht eigentlich der Regenbogen, der Regenbogen steht für Gottes ausgestreckte Hand voller Liebe. Wer diese ausgestreckte Hand Gottes gegen ihn wenden will, der schließt sich aktiv von Gottes Gnade aus. Und er tritt Gottes Liebe mit Füßen. Diese gebende, vorauseilende Liebe, die Gott mit diesem Zeichen doch uns vor Augen stellt. Schauen Sie, wie Gott das sagt in Vers 14. Wenn der Bogen sichtbar wird, werde ich ihn anschauen. Gott sagt, ich halte mich dran. Ihr könnt euch auf mich wirklich verlassen. Hören Sie, wie persönlich nahe, der heilige Gott uns hier entgegenkommt in diesem Zeichen. Und er sagt noch, ich werde das selber anschauen. Unvorstellbar. Und Spötter haben sich auch daran noch vergangen, haben gesagt, ist denn Gott so vergesslich, dass er Gedankenstützen braucht? Sie haben es völlig falsch verstanden. Dabei schafft Gott hier auf einzigartige Weise einen Begegnungspunkt. Gott schafft durch diesen Regenbogen einen Moment der Gleichzeitigkeit zwischen ihm und uns. Gott sagt, pass auf, wenn der Bogen in den Wolken sichtbar wird, wenn du ihn siehst, dann wisse, ich sehe ihn auch. Verstehen Sie, wenn Sie den nächsten Regenbogen sehen, dürfen Sie wissen, Gott sagt, ich sehe ihn auch. Und Sie gucken gewissermaßen gleichzeitig drauf. Und Gott sagt, ich halte mein Versprechen. Ich halte mein Versprechen, keine Sinnflut mehr zu schicken. Darum könnt ihr noch leben in dieser Welt, weil ich das Gericht ausgesetzt habe. Das ist allgemeine Gnade. Sonnenschein über Gerechte und Ungerechte. Aber wozu? Wohin soll das am Ende führen? Und vor allem, wie lange wird diese Gnadenzeit dauern? Und damit stehen wir vor der letzten Beobachtung in unserem Text für heute. Am Anfang hatten wir gesehen, Gott macht seiner Welt ein großzügiges Geschenk. Er stiftet den Noah-Bund. Einseitig, bedingungslos, unzerstörbar. Er macht ihn für alle zugänglich. Und wir hatten gesehen, die Zielgruppe des Bundes ist die Menschheit plus. Und der Zuspruch des Bundes garantiert uns, dass es keine Sinnflut mehr geben wird. Allgemeine Gnade für alle. Sonne und Leben für alle. Und Gott besiegelt diesen Zuspruch, das war das Dritte, mit einem Zeichen des Bundes. Und er sagt, schau hin, ich habe meinen Kriegsbogen weggehängt. Ich gewähre Gnade. Und jetzt fragen wir am Schluss, wie lange wehrt die Zeit dieses Bundes? Das ist das Letzte, die Zeit dieses Bundes. Wie lange gilt er noch? Und jetzt schauen Sie ein letztes Mal bitte hinein. Gott sagt etwas dazu. Er sagt in Vers 12, ich habe diesen Bund geschlossen auf ewig. Und er sagt das noch mal in Vers 16. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund. Was heißt das? Da steht im Hebräischen das Wort Olam. Und Olam kann zweierlei bedeuten und was, das entscheidet sich jeweils am Zusammenhang. Olam kann einmal heißen absolute Ewigkeit, der ewige Gott. Und davon wird das ewige Leben abgeleitet, etwa in Daniel 12, Vers 2. Die einen werden erwachen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Olam ewig, wenn ewiger Gott uns das schenkt. Das ist die eine Bedeutung. Und dann die andere Bedeutung von Olam ist, dass es um eine ununterbrochene Fortdauer innerhalb der Geschichte geht. Also ein ununterbrochener Abschnitt innerhalb der Geschichte. Zum Beispiel würden wir sagen, und das wäre dann der Sinn, Jogi Löw ist schon seit ewigen Zeiten Bundestrainer. Oder jemand anderes ist seit ewigen Zeiten Kanzler. In dem Sinne ist das in der zweiten Bedeutung. Also es ist eine sehr lange Zeit innerhalb der Geschichte. Oder Hannah hat über den kleinen Samuel gesagt, er soll für immer im Tempel Dienst tun, sein Leben lang. Da steht Olam, 1. Samuel 1,22 und als Salomo den Tempel einweihte, 1. Könige 8, Vers 13, da bat er darum, Gott soll ewiglich den Tempel segnen, also solange er steht. Das ist die zweite Bedeutung von Olam und die ist eindeutig hier gemeint. Also eine lange Phase innerhalb der Geschichte, eine lange ununterbrochene Zeit. Und in dem Sinne sagt Gott, ist dieses Zeichen ewig. Es wird lange dauern. Und es wird auch als Zeichen Himmel und Erde miteinander verbinden. Das hat auch eine starke Symbolkraft. Gott sagt, ich baue eine Brücke. Meine Gnade baut eine Brücke vom Himmel auf die Erde. Und du bist eingeladen, solange diese Brücke steht, über diese Brücke zu dem Heiligen Gott zurückzukommen. Jesus, Jesus ist die Brücke. Du bist eingeladen zu sagen, Herr, ich gebe zu, dass ich als Sünder meilenweit von dir getrennt bin. Und ich lebe nur noch, weil du das gerechte Gericht auch über mein Leben ausgesetzt hast. Ich bin ein Sünder, ja, ich bin dir unendlich viel schuldig geblieben, ja. Aber ich danke dir, dass du die Brücke deiner Gnade gebaut hast und dass du das in diesem Zeichen des Regenbogens dokumentierst. Und ich will kommen, ich will über diese Brücke gehen, ich will mein Leben an Jesus bin. Also begrenzte Zeit und so wie die Zeit eines Bundestraineres oder eines Tempelpriesters irgendwann einmal zum Ende kommt, so wird auch der Noah-Bund eines Tages an sein Ende kommen. Es war Petrus vorbehalten, dieses Ende anzukündigen und zu beschreiben, ich sage jetzt nur noch die Stelle 2. Petrus 3, vor allem Vers 10, aber dieser ganze Abschnitt, da beschreibt Petrus, dass Gott die Erde am Ende der Zeiten, diese vergängliche Welt durch Feuer auslöschen wird. Aber bis dahin, bis das geschieht und wir wissen nicht, wann das kommen wird, das bestimmt Gott, das bestimmt nicht irgendwie eine Klimaentwicklung, das bestimmt Gott, allein Gott. Und bis dahin hält der Noah-Bund gewissermaßen die Türen auf. Verstehen Sie, das sagt der Noah-Bund, Gott hält die Tür noch auf. Mein Bogen, der Bogen meines Gerichts, hängt noch in den Wolken. Ich halte die Tür noch auf, damit verlorene Menschen durch diese Tür hindurch in einen anderen Bund eintreten können, in den rettenden Bund. Und dieser rettende Bund hat nur einen einzigen Namen und der ist Jesus. Gott öffnet uns diesen neuen Bund. Und dieser neue Bund, weißt du, der ist auch wieder zweiseitig. Gott ruft dich, Gott lädt dich ein. Gott konfrontiert dich mit seiner Diagnose über dein und mein Leben. Aber Gott sagt, komm, komm, schlag einen in meine Hand, vertrau dich mir an. Gib zu, dass du mich und meine Vergebung brauchst. Also nochmal, dieser Noah-Bund hält noch die Türe offen, damit du eintreten kannst in diesen viel, viel wichtigeren und besseren Bund, der dich auf ewig retten wird. Und der gegründet ist in Jesus allein. Im ersten Buch der Bibel beginnt uns der Regenbogen und dann lesen wir kurz davon beim Propheten Ezekiel und dann taucht er im letzten Buch der Bibel wieder auf. In Offenbarung 4. Wir sahen das schon, ein Blick in den Thronsaal Gottes in der Ewigkeit. Und wissen Sie, was dort an diesem Thron zu sehen sein wird? Ich lese Ihnen das kurz vor. Offenbarung 4, Vers 2 und 3. Johannes schreibt, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und dann zeigt Gott ihm diese Szene und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, also der Allmächtige Gott. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar und ein Regenbogen war um seinen Thron. Verstehen Sie? Ein Regenbogen um den Thron Gottes in der Ewigkeit. Und noch da wird Gott uns sagen, du darfst jetzt hier vor meinem Thron stehen. Du darfst im Himmel dabei sein, weil ich dir Gnade geschenkt habe, weil ich dir seit Noahs Zeiten die Tür aufgehalten habe und weil du deswegen zu Jesus finden durftest. Wir kommen zum Schluss. In dieser Woche hat eine liebe Glaubensschwester ihren Vater verabschieden müssen mit 90, mit 90 Jahren. Dieser Vater hat eine sehr wechselvolle Lebensgeschichte gehabt. Aber Gott hat ihm die Tür aufgehalten. Gott hat ihm diese Tür aufgehalten 90 Jahre lang. Und in der letzten Zeit hat Gott es dann geschenkt, dass der Vater dieser Glaubensschwester Schritt für Schritt immer mehr erkennen konnte, wie sehr er diesen neuen Bund braucht. Und ganz wenige Wochen vor seinem Tod hat er seiner Tochter gegenüber bekannt, jetzt habe ich Jesus in meinem Herzen. und da war sie so froh und da wusste sie auch, jetzt kann ich ihn getrost gehen lassen, weil er jetzt hindurchgegangen ist durch diese Tür, die Gott aufgehalten hat. Noch steht diese Tür offen. Lasst uns die Zeit nutzen. Lasst uns die Zeit nutzen, um den Menschen nachzugehen, um ihnen zu sagen, Gottes Kriegsbogen hängt noch in den Wolken. Er ruft dich. Es ist noch die Zeit der Gnade. Aber komm, komm, bevor sich dieses letzte Zeitfenster schließt. Er ruft dich. Herr mächtiger Gott, dafür loben wir dich und beten dich an, dass du in dieser direkten Weise die Schöpfung gestaltet hast, dass du uns sichtbare Zeichen gibst mitten in dieser Welt. Herr, dass wir nicht alleingelassen sind, dass diese Welt nicht sich selbst überlassen ist oder irgendwelchen Machthabern, sondern dass es deine Welt ist und bleibt und dass du den Finger nicht wegnimmst von dieser Welt, dass du deine Hand nicht abziehst. Und darum wollen wir jeden Tag wieder neu uns flüchten unter deinen Schutz und wir wollen getrost vorangehen. Wir wollen dankbar in dieser Welt leben und schauen, welche Wege du uns führst und wir wollen dir gehorsam sein. Und wir wollen die Zeit nutzen, um noch viele Menschen hineinzurufen, hineinzurufen in diesen ewigen Bund, den du uns geschenkt hast, in deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Herr, wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.